Hallo, 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 jetzt funktioniert es. Meine lieben Freunde, meine lieben Thema Stadt, Hermann sagte mir gerade, man benötigt keine Karten mehr für die Zuschauertribüne, für die BVV-Sitzung. Also bitte ich euch da an teilzunehmen. Jetzt um 17 Uhr. Also um 17 Uhr beginnt, ja, eigentlich schon, glaube ich schon, aber besser wäre es vielleicht hier noch etwas auszuhauen.